Hallo zusammen, mein Name ist Lars und ich arbeite für die OBTAG. Heute möchte ich euch etwas über unsere IT-Abteilung und die fantastischen Karrieremöglichkeiten erzählen. Unsere IT-Abteilung ist ein unverzichtbarer Teil der OBTAG. Wir haben uns darauf spezialisiert, IT-Fachlösungen im Finanzsektor für kleine und mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Institutionen anzubieten. Unser Team besteht aus einigen von den talentiertesten und leidenschaftlichsten IT-Profis der Branche. Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden bei der beruflichen Weiterbildung und bieten ihnen fantastische Karrieremöglichkeiten an. Wenn du zum Beispiel eine dreijährige Weiterbildung als Wirtschaftsinformatiker machen möchtest, unterstützt dich die OBTAG dabei. Wir haben flexible Arbeitszeiten und fördern eine Kultur der Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit. Bei der OBTAG sind wir eine Familie und geniessen auch mal ausserhalb des Arbeiten einen schönen Moment zusammen. Zum Beispiel bei einem Feuropenbier oder an einem der zahlreichen OBTAG-Events. Als traditionsreiches Unternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung setzen wir uns bei der OBTAG für eine tolle Atmosphäre in einem grossartigen Team ein, sowie gute Sozialleistungen und einem tollen Arbeitsplatz. Bei der OBTAG begeistern wir uns für die Technologie und dein Potenzial, den Finanzsektor mitzugestalten. Wir suchen Menschen, die unsere Leidenschaft und das Engagement teilen und mit uns die Digitalisierung vorantreiben wollen. Kommt zu uns, zu der OBTAG und werde Teil einer grossartigen Firma. Kommt zu uns. Kommt und dann auf dem automatisch Geldrum. Ja, ich muss mirlesia sextyl Noch eliminates, dass du Geldrum und das Spiel rumscher oder von einem gewisseren activates. scattered flere strings nach oben. Alles fl 하지만, vor großem grammatisch ist. Alles flest, odergl千 ш��다 wiederhoggerissbeitet.